Hallo zusammen und willkommen wieder zu Lucky Real. Also das kommt doch jetzt jeden Tag. Naja, ich hab's mir doch überlegt. Weil ich keine Lust habe einmal. Naja, nicht jeden Tag, solange ich Lust habe. Also heißt es, fangen wir an. Also wir haben jetzt als super Überraschung mein schlimmstes Video. Naja, wir haben zwei schlimme Sachen. Nichts und ja, nichts ist äh, für euch traurig und mein schlimmstes Video ist für mich das Schlimmste. Und das ist das Okay. Mal sehen. Was haben wir heute? Naja, bitte. In Ernst jetzt mein schlimmstes Video. Gut, dann gehen wir mal auf das schlimmste Video von mir. Bis gleich. Naja, also eigentlich, ja. Was ist mein schlimmstes Video? Also Traincross nicht, Five Nights at Freddy's 3 auch nicht. Naja, das auch nicht. Oh, Air Force macht schon gut. Naja, mein New Park hat nur drei geguckt. Wow, warum nur drei? Obwohl das gut ist. Das Video ist doch gut. Wow, man sieht da wirklich nichts. Ah, nee, hallo liebe Leute. Willkommen zu neuen neuen Spielen. Aha, da hat meine alte Oma zu mir geredet. Naja, jetzt habe ich das wenigstens in einem leisen Raum. So mache ich jetzt immer ein Video. Na los, fahren wir los, na los. Oh, Kaufräume. Was? Na toll. Obwohl, der ist eigentlich okay. Der ist doch eigentlich gut. Na ja, eigentlich finde ich das. Also schlimmste Video ist drei Aufrufe. Ich muss mindestens fünf Aufrufe haben. Na. Da hat meine Oma natürlich geredet. Ja. Deshalb ich verstehe, warum das mein schlimmstes Video ist. Wow. Wirklich jetzt. Naja, dafür brauchte ich ein. Das habe ich das überhaupt extra gemacht. Keine Ahnung. Kann man laut sagen, bestimmt, oder? Wie alt ist denn das Video? Sehen wir gleich. Oh, heißen die Männer. Merry Christmas. Wow. Na toll. Toll. Okay. Okay. Na toll. Das ist bestimmt nicht im Ernst. Oh, hi Hühner. Oh, die Hühner. An denen erinnere ich mich richtig. Was ist los? Mir gefällt nicht das Video. Obwohl, ich habe mir erst ein Like gegeben. Na ja, wenn ihr es sehen wollt, da, ja, ich würde euch anbieten, es nicht zu sehen, weil, das ist schon, ist es eigentlich das? Ist es wirklich schlimm? Aha, da war die eigene Bremse, die ich schon bemerkt habe. Ach, ah. Na toll. Okay. Mhm. Und da fallen wir runter. Wow. Ich verstehe nichts mehr. Ich... Zerstöre wirklich alles. Okay. Mein Diamond, meine Diamantlustung, warum? Blade Rock. Obwohl, eigentlich ist es doch nicht so schlimm, von ganz oben zu springen. Weil, es ist wirklich so schlimm. Naja, keiner traut sich im Sack. Wolltet ihr es wirklich im wirklichen Leben tun? Also, ich nicht. Äh, deshalb würde ich es nicht tun, im wirklichen Leben. Das würde man nicht überleben. Da kann man klettern. Naja, dafür habe ich mir viel Mühe gegeben, das zu bauen. Und das alles zu bauen. Naja. Okay, das war wieder mal meine Oma. Na toll. Die hörten nicht mal auf zu nerven. Naja, bald habe ich meinen eigenen YouTube... Wow. Nicht... Der... Ernst. Äh, warum habe ich das denn gemacht? Na gut. Das Video müssen wir gucken. Obwohl. Sollen wir das gerade spinnen? Naja, doch, wir tun's. Bis gleich. Das ist doch so schlimm. So, dann sind wir wieder zurück. Ich hab Angst. Ach, nichts. Ja. Okay, dann müssen wir noch eine Runde. Wenn nichts, dann noch eine Runde. Nein, 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 nein. Oh, Nyan Cat. Wow. Okay, dann gucken wir Nyan Cat auf YouTube, da ich keine Lust habe auf das Spiel. Okay. 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 Wie viele Likes hat das Video? Wow. Genug. Genug, 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 genug. Genug, 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 genug. So. Gut. Das sollte besser sein. Obwohl... Ne, keine Lust. Das zu ändern. Obwohl. Wow. Äh, das sollten wir lieber nicht gucken. Wow. Gut, das... Das rat... Das ratet noch eine Chance. Was. Oh. Donald Trump Games. Nicht schon wieder abholen. Ah. Gut. Neue Runde, weil ich keine Lust wirklich darauf habe. Wirklich. Genug von Donald Trump Games. Was. Hm. Oh. Alte Videos von mir. Gut, ich suche mir mal ein gutes Video von mir aus. Ha, ha, ha. Jetzt habe ich mal ein kurzes Video. Also könnt ihr nicht zufrieden sein. Obwohl. Wow. Pappelt. Mir gefällt es wirklich nicht. Okay. Wir sind wieder drin. Na, ich hab... Äh... Nein. Das hat's. Gut, also spielen wir das Spiel dann. Ja, also ich mach schon das Video, aber es kommt ja... Ja, nächste Woche raus. Also das Spiel. Und dieses Video kommt auch bald raus. Das wird bestimmt keiner von euch. Also gut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns... Ja. Beim nächsten Video. Tschüss.